Erzählen, der ist jetzt ganz wichtig für Frauen. Bei Männern ist der angeboren, also der ist ein Teil davon angeboren, deswegen. Also Frauen müssen jetzt ganz besonders aufpassen. Ich mache es einfach mal vor. Gut, sehr gut, wunderbar. Also alles ist wunderbar, aber wir sagen wunderbar. Gut, sehr gut, wunderbar. Ihr seid wunderbar. Wir sagen wieder, das ist wunderbar. Und jetzt ist der sehr wichtige Teil für Frauen. Gut, sehr gut, wunderbar. Männern haben uns angefroren, dieses Gefühl. Frauen stehen ja manchmal da, ach ja, ja. Ja, also alles zusammen. Gut, sehr gut, wunderbar. Ich glaube, ich höre gut, sehr gut. Wunderbar. Und jetzt der richtige Teil, gut, sehr gut. Wunderbar. Es war wunderbar, wie ihr. Wir sind wunderbar, genauso wie wir hier sitzen, wie wir hier sitzen. Ja, das machen wir dann auch noch mal. Ja. Ja. Vielen Dank. Wunderbar.